Die Werbeindustrie nutzt ja bekanntlich jeden Trick, um ihre Produkte an den Mann zu bringen. BMW hat sich deswegen etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um ihr neues Crossover-SUV zu bewerben. Die noblen Bayern haben einfach mal einen Großteil des Wiener Museumsquartiers okkupiert und den neuen X4 mit einer Art Kunstperformance in Szene gesetzt. Zahlreiche Besucher hatten die Möglichkeit, sich über eine riesige Videoprojektion mit dem neuen X4 zu präsentieren. Das klingt jetzt nach einer sehr schrägen Aktion, förderte aber mitunter wirklich kreative Bilder zutage. Vom Bild mit Hündchen bis hin zur ausgefallenen Performance war alles dabei. Es wurde getanzt, gelacht und der ein oder andere wird bestimmt über die Anschaffung eines X4 nachdenken. Eine sogenannte Mords-Gaudi war es auf jeden Fall für alle Teilnehmer.